Hey Internet und YouTube back im Krankenhaus. Ich habe eine schöne Pistole. Blutverschmierte Toilette, was kann da jetzt noch schief gehen? Hallo? Oh, das war gut! Ich habe ein Model freigeschaltet. Kein Model. Ist hier alles in Zeitlupe? Ist das absichtlich? Oder ist mein PC so langsam? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich bin mir jetzt absolut nicht sicher. Ob das absichtlich ist. Ein paar E. Neue Waffe, Sturmgewehr 1960. Wir kommen. Boah, shit! Ich muss mich ankladen! Im Stand. Sah gut aus, mein Freund. Und die Sturmgewehr 1960 sieht besser aus. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein! Du kannst sterben. Und ich liebe, ich liebe dich. Und du kannst sterben. Und ich liebe dich. Und du wirst sterben. Und ich liebe dich. Shut up. Kleiner Mutter. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr. Was ist das? Gut, keine Munition mehr. Das höre ich gerne. Das ist genau mein Ding. Hi! Das ist ja nicht doch eine böse Überraschung. Hallo, du Kleiner. Hey, wo bist du hin? Ich bin hier auf der Seite. Kommst du her? Da war mein neues Magazin! Noch nichts von hinten. Ich mag's nicht so. Von da. Seite, die nicht von vorne ist. Keine Witze! Man kann noch ein bisschen die Türen anschießen vorher. Da lebt doch noch jemand. Oh, yes. Wie viel fehlen mir noch für die... Raschien-Gesender erschießen Leute, die sich nicht wehren können. Exakt. Und wir erschießen alle, auch die sich wehren können. Komm, Raschien. Das ist sexy hier. Das gefällt mir gut. Okay, ich muss in die andere Richtung. Ich habe hier alles getötet, oder? Irgendwo drüber laufen und ein paar E's mitnehmen. Ein paar E's. Ein paar E's. Oh, ich kann ja nach oben. Ich könnte mehrere Wege nehmen. Schrotflinten-Muniti... Schrot... Aha, da ist sie. Pistole. Stopp! Schwere Munition. Ich geh, ich geh mal... Nee, hier ist er versperrt. Alles klar. Alle guten Wege für nach unten. Aha, neue doppelläufige Schrotflint. Wo ist sie? Wie kann ich... Wo ist sie? Hier. Gib sie mir, gib sie mir! Ich weiß nicht, warum das so langsam ist. Ich hoffe, das liegt nicht an der Aufnahme. Sondern das ist absichtlich. Ich habe irgendeinen Fehler. Aber hey. Oh yes. Oh sexy. Sonst können wir uns alle einbilden. Das ist Max Payne-Style. Absichtlich so langsam. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Ich muss nachladen. Oh shit. Warte, warte. Ähm. Hey, hey. Wer ist hinter dir? Wer ist hinter dir? Oh, der Tod. Kennst du dich? Kann ich nicht noch einmal kennen. Oh, das ist... Du da hinten. Genau vor mir. Oh, ho, ho, ho. Yes. Oh, yes. Hier ist noch was zum Click in the Clock. Schöne Rolle, mein Freund. Schöne Rolle. Oh, ich will noch ein... Heados. Headshotos. Pleasos. Ist das nicht Gold? Es ist einfach nur gelb. Kann ich nicht alles haben, oder? We have to go. Oh, 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 oh. Servus. Okay, das... Lauert so... Oh, shit. Hast du mich gerade getreten? Okay, ich muss auf die andere Waffe wechseln. Warum lebst du noch? Ich finde das unverantwortlich. Was ist dein Vorteil? Schnelles Ziehen. Ah, ja. Genau, weil ich nämlich folgendes gemacht habe. Ah, ich habe die Kopftreffer fertig. Yes. Schnelles Zielen. Ich weiß nicht, was... Ist das schneller als sonst? Hey, wer ist das? Muss ich schimpfen? Wer zum Teufel? Wer zum Teufel? Okay, ich bin hier. Und ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das kann nicht absichtlich sein mit der... Aber jetzt muss ich das fertig... Oh. Was ist das? Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. Piu. Man 5. Komm schon, komm schon, komm schon, komm! Komm schon, komm schon, komm! okay die werden wir doch gleich mal benutzen wer ist der glückliche wo wir diese neue granate benutzen dürfen wo ist der glückliche gewinner ich steig einfach in dieses was zum teufel was zum teufel na klar jetzt explodiert es noch zu lange drauf warte ja hier und woher hättest du in den hintern so mag ich das schade schade das war nicht mehr da ist noch ein ding noch ein ding das mit nachladen man und ich werde sie Das war's für heute. Das war's für heute. Sind Sie ein Soldat? Können Sie kämpfen? Wer sind Sie? Der Stimm, William Chey, Blazkowicz, Ranger, Army, US, USA, tut mir leid. Mein Polnisch ist nicht besonders. Können Sie fahren? Wohin denn? Wohin denn? Wohin denn? Was ist mit dem Schein? Wohin denn? Wohin denn? Wohin denn? Wenn, und ich? Du geht jetzt! Wohin denn? Wohin denn? Wohin denn? Und sie weinen um ihre Toten. So eine tiefe Trauer. Ich nicht. Meine Tränen würden Meere füllen. Ich würde ertrinken, wenn ich sie rauslese. Wir haben 1960. 1960? Ja. Sie waren 14 Jahre bei uns. Es ist 1960. Ich muss Verbindungen zum US-Militär aufnehmen. Ich muss meine Einheit finden, damit sie wissen, dass ich noch lebe. Nein, nein. Der Krieg ist vorbei. Er ist vorbei. Kein Militär mehr. Nein. Er ist nicht vorbei. Hier laufen doch überall noch welche von denen rum. Sie haben gewonnen. Es ist vorbei. Das Regime beherrscht die Welt. Sie sind überall, überall. Was ist mit den USA? Die USA, sie... Nun ja, sie haben... kapituliert. Kapituliert? Sie haben kapituliert? Wegen der... Boom! Ach, Atombombe. Sie haben vor zwölf Jahren kapituliert, nachdem Sie das Regime mit Atombomben angriff. Ja, ja. Na, dann muss ich eben den Widerstand finden. Ich werde mich ihm anschließen. Nein, 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 nein. Es gibt keinen Widerstand. Alle wurden gefangen. Wer noch lebt, ist in Gewalt von Regime. Wer weiß schon, wo sie stecken? Ich bin ausgebildeter und erfahrener Feldkoordinator. im Dienst von General Strassel persönlich. Wissen Sie, was Ihnen droht, wenn Sie mich nicht freilassen? Es ist Sinn, auf mich hier festzuhalten. Ich werde Ihnen, der Schwester und Ihrer Familie, gegenüber milde walten lassen, wenn Sie mich gehen lassen. Sie haben ein Wort. Okay, wir sehen uns im nächsten Part wieder, denn ich muss mich entscheiden, was ich hier alles... Ist das Gold? Goldene Uhr. Gibt es die Familie? Nun, ja. Wir haben hier eine Motorsäge und einen Gefangenen. Damit sehen wir uns im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss! Ich bin aus! Tschüss! 광en.